Die Bayern vor dem ersten Bundesliga-Auswärtsspiel der Saison in Bremen, wo man 2006 zum letzten Mal verloren hat. 2007 kam dann ein gewisser Franck Ribéry, der beim damaligen 4 zu 0 Sieg in Bremen seinen ersten ganz großen Auftritt für die Roten hatte und sich dementsprechend gerne daran zurückerinnert. Natürlich schon zehn Jahre vor dem Spiel, aber ich glaube, das ist das erste Spiel dort. Wir haben es gut gemacht und gut gespielt. Wir haben es gewonnen und es hat viel Spaß gehabt. Es war schön mit Luca Toni zusammen. Es war ein schönes Spiel, ein schönes Stadion, eine schöne Stimmung. Ich glaube, morgen ist es wichtig, auch für uns. Wir müssen gewinnen. Inzwischen ist Franck Ribéry der dienstälteste Profi der Bayern und wird wohl auch morgen auflaufen. Auch Manuel Neuer ist wieder fit und könnte in Bremen sein erstes Saisonspiel bestreiten. Javi Martinez und Thiago werden auch mit an die Weser reisen. Ob sie spielen, will Carlo Ancelotti aber erst kurzfristig entscheiden. Volle Konzentration also auf die Bundesliga, aber natürlich ist die gestrige Auslosung der Champions-League-Gruppenphase heute auch ein Thema unter den Spielern. Ich freue mich auf jeden Mannschaft, jeden Klub. Ich glaube, jetzt ist Paris ein guter Klub, eine gute Mannschaft. Du weißt schon, das ist immer ein anderes Niveau. Wir haben eine schwere Gruppe, eine super Gruppe. Aber du weißt, wenn du Bayern bist, musst du gewinnen und den ersten Platz. Für mich ist eine neue Erfahrung. Gegen Paris habe ich noch nicht gespielt. Worauf ich mich besonders freue, ist das Auswärtsspiel in Glasgow gegen Celtic. Das wird mit Sicherheit ein Highlight. Und auch Anderlecht ist eine belgische Spitzenmannschaft. Da werden wir sehen, was uns da erwartet. Aber es ist kein Spaziergang. Es ist natürlich sehr interessant, gegen wen wir da spielen. Gerade auch Celtic ist, glaube ich, ein überragendes Auswärtsspiel. Aber ich denke, dass wir da auf jeden Fall auch der Favorit sind und da weiterkommen. Zuletzt noch der Hinweis auf eine Live-Übertragung bei unserem TV-Sender FC Bayern TV live. Am Samstag ist dort das Spiel unserer U19 gegen den Nachwuchs des 1. FC Kaiserslautern zu sehen. Arnpfiff im wunderschönen Stadion im neuen FC Bayern Campus ist um 11 Uhr.